Ach komm, heulig. Werbeentwicklung. Haben wir hier eine Reinigungsstation? Reinigungsstation, wo war das nochmal, in welchem Laden, weißt du auch nicht mehr. Schmuck-Vitrine, ne ich glaub hier war das ehrlicherweise nicht, ich glaube, achso Mülleimer wäre noch interessant, ne. Mülleimer haben sie sich auch beschwert letztmal, das weiß ich noch. Aber ich kann hier noch nicht tausend Sachen kaufen, aber ich muss jetzt erstmal eine Reinigungsstation finden. Da war das nicht. Das ist der Großhandel. Großhandel wollte ich jetzt auch. Die Metro, ich glaub ehrlich gesagt, das war da. Ja. Das ist der Großhandel. Restaurant, dass ich schnell mal was essen kann, eh. Das ist cool. Da, McDonalds. Hä? Ich will hier... Ach, scheiße, da will ich doch nicht rein. Weinladen, voll vertan. Ich will doch kein Wein kaufen, erzähl ich. Ich brauche einen... Scheiße, muss ich hier rein gehen. Da, Reinigungsstation, die muss ich kaufen. Reinigungsstation, leh. Reinigungsstation, leh. ... ... Okay. aber alles hier so per fuß abzulaufen die ganzen straßen also auch ganz schön anstrengend muss man mal sagen ja das steht ja oben im fast food restaurant habe ich nicht gemacht und ich laufe mir gerne das trainiert auch weißt das ist so guten abend moskito kolibri tipp ja du kannst mir einen tipp geben gerne gar kein problem als allererstes muss ich immer sauber machen die hütte ist ja so mistig geht ja gar nicht die wände sind so hässlich ja vielen dank auch bauen sie die kaste am besten hinten in den laden die kunden wieder meinen dann wenn warte schlange zu klein ist okay zu lang ist okay das ist ein guter tipp ja dann werde ich das wenn feierabend ist mal umbauen die ganze geschichte los macht sauber hier ich will 100 prozent haben dankeschön ich finde keinen platz für den müll ach verdammt ich habe mir vergessen zu kaufen ich muss noch mal kaufen aber ich kann euch hier musik machen wenn ihr wollt zack so ein bisschen musik wunderbar jetzt können sie was essen red roses red roses brauche ich nicht ich habe nämlich keinen korb genommen und kaufe in auch noch nicht gereicht krass da 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 Ja stimmt, das war ja TK, genau. Ah, ich wollte eigentlich frische Zutaten haben, hast du recht, habe ich mich total vertan gerade, deswegen hat das auch nicht von der Prozent gleich hochgelevelt. Verdammt, habe ich wieder aber nicht aufgepasst, habe ich geschlafen, so ein Müll. So, aber was muss ich als nächstes machen jetzt? Ich soll den Drive in den Großmarkt besuchen, da muss ich erstmal zu meinem neuesten Supervehicle fahren und dann werden wir da hindüsen. Wieso? Wieso? Ist hier was drin oder wieso? Ne komm, du arbeitest doch da schön, ne? Ja, arbeite mal bei der. Ja, jetzt geht es erstmal los mit der Karre. So, Mucca aus hier. Mutti, geh weg da! Ah, mein Ding, wie die hier mit links fahren, ist ja ganz schön Geschichte. Watt, 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 watt hieß der Drive in? Guck mal. Oh, der pisst die Wand an, pisst die Wand an, hier pisst die Wand an, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt hier lang fahren. Was hast du, das Game ist so programmiert, dass es jeden Laden neu lädt, sobald es reingeht. Ah, okay. Sobald ich reingehe. Ey, ich wollte hier lang. Wow. Ich glaube, jetzt hat er einen Bug. Hey, mein Auto hat sich festgefahren. Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr. Mein Auto ist kaputt, 0%. Es fährt nicht mehr, so eine verdammte Axt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Fahrzeugparken. ADAC brauche ich, wo brauche ich denn, wo habe ich denn jetzt hier den ADAC, rechts. Da. Da. Ach so. Moment. Da. Autoservice. Da ist der Autoservice. Anrufen. Mein Auto ist kaputt. Transport zur nächsten Tankstelle oder? Ach, wir nehmen Tankstelle. Wunderbar. Boah. 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 Meine Güte. Volltanken auch noch? Gut. Ach, shit. Nicht zur Werkstatt. Ich muss zur, äh, nicht zur Tankstelle. Ich muss zur Werkstatt fahren, du Nasenbär. Jetzt war, jetzt ist es richtig. Danke dir, ähm, Moskito-Kolibri. Aber ich muss ja direkt zur Werkstatt mich schleppen lassen. Jetzt hat er mich ja an der Dings gestellt. Oh nein, ey. Komm, Repairs. Ach, du Schallnern. Hat der überhaupt noch auf hier, der Laden? Warte mal eben. Ähm. Hat der überhaupt noch auf der Laden? Oh, ja, 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 ja. Der ist leider schon geschlossen. Der öffnet erst wieder in 10 Stunden. Das heißt, jetzt kann ich ganz gepflegt nach Hause fahren. Ooff, ja, 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 ja. So, ich bin mal im Look nebenbei Passify. Ja, alles klar, vielen Dank für deine Tipps schon mal. Fahre ich hier noch richtig? Ach so, da muss ich jetzt die Klinge abbringen, okay. Viel Spaß beim Panzerfahren. 163 Euro Gesamtgewinn, na gut, war schon mal besser, aber hilft nichts. Ich werde erst mal eine Runde pennen wieder, zack, Pennerino und bis morgen früh um 6. Schlafen. Schlafen ist angesagt. So, dann werde ich erst mal ein Happen essen. Und dann werde ich eine Runde PC spielen am Frühmorgen. Wieso? Eine Stunde will ich spielen, genau. So, 27. Dann muss ich jetzt endlich mal zum Großmarkt fahren, ne? Zack. Sag mal, blödes Taxi. Hat direkt vor mir gebremst. Geht doch so gar nicht, ey. Manns, das ist tor. Ich schlafen. Ich schlafen. Ich schlafen, das ist ein Läger Spannung. Ich schlafen. Ich schlafen. Alter, ich will da durch. Cool, jetzt bin ich hier im Drive-In, führe eine Marketing-Kampagne für ein Stower-Done-Benebler. Ja, na, stimmt, das ist ziemlich ein bisschen, was du brauchst, und wir kommen wieder mal zurück zu den Geschäftsmodellen, was immer noch viel zu lernen. Und wir werden ausgerechnet, die noch nicht in der Anheit haben, zur Zeit für Marketing. Hey Schrex, danke dir für deine Bits! Vielen, vielen Dank! Vielen, vielen Dank! Ich führe eine Marketing-Kampagne. Ich kann hier sogar schlafen im Auto, das ist ja krass! Okay, Fahrzeug packt. Was haben wir denn hier? Pommes. Papier. Preiswertes Geschenk, teures Geschenk. He says do not. Hier kann ich also auch die Burger kaufen! Oh-oh-oh-oh-oh, Salat! Ok McCann's Marketing Oh 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 Grün geworden Marketingbüro Wo haben wir das Marketingbüro Oh 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 Was Ich hab noch gar nichts gekauft Ich hab nur geguckt erst mal Ne ne ich muss ja jetzt erst mal hier Oh jetzt geht mein Vorrat an Bürgern fast aus ey Ich werd verrückt Hätte ich bloß welche gekauft Mein Burger Vorrat Fahr los hier Park Ok Okay Ins Marketing Gut So Willkommen Wenn Äh Da Mittlere Internetkampagne Große Internetkampagne Mittlere Internetkampagne Herzlichen Dank Ah Ah Wundervoll Sehr unglaublich Ich hab fast mehr von Marketing aus Weil ich der Markt Ja Ok Komm Fertig Ready Äh Abbrechen Ich muss mein Auto wegfahren Ich stehe im Halteverbot Ich hab garantiert eine Strafe gekriegt Von der Stadt Ich hab nur mittlere gemacht Ich hab nur mittlere gemacht So Ach komm Legal So jetzt muss ich erstmal gucken Äh Ich brauch Burger Was haben wir hier Was haben wir hier Was haben wir hier Ladeneinrichtung Ähh Ähh Großhandel Ähh Hier Da haben wir auch Großhandel ne Da könnte ich eigentlich Ich hin Und dann beginne teure Geschenke zu kaufen Wo finde ich denn jetzt teure Geschenke Okay In dem ganz großen Lager 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 Nicht in dem Metro Wohlsee Ok Alles klar Ne ich hab noch 1900 Dollar Das ist nicht so mehr die Masse ne Das ist nicht so mehr die Masse ne Hat er mich abgedrängt Hier die alte Sau So Äh 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 Na nicht fein So, nicht verkaufen, packen. Ähm. Pommes, Pommes brauche ich nicht, brauche Burger. Lage verwalten. Jetzt muss ich die mal einzeln einsammeln und dann in Honda legen? Das ist ja ein Scheiß. Okay. So, dann habe ich zweimal Burger und teure Geschenke. Wo finde ich denn jetzt schon wieder hier teure Geschenke, ey? Cupcakes, Becher, preiswerte Blume, teure Blume, teurer Schmur, Weinflasche, Händenbekleidung, Damenbekleidung. Hä? Ich habe hier keine teuren Geschenke. Hier sind preiswerte Geschenke, hier sind teure Geschenke, aha. Oh, die kann ich bald gar nicht mehr kaufen, verdammt. Kann ich auch ins Minus gehen? Okay. Unbezahlte Summe 1400 Dollar, okay. Okay. Komm. Gut. So, jetzt muss ich jetzt erstes. Birgerladen? 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 Oh, Einmalstraße hier rausgefahren, reingefahren, verdammt. Mann, 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 Mann. Oh, gegen gefahren? Gibt's wohl nicht. Kann doch nicht wahr sein! Was allererstes ist Burger. Komm, wir brauchen mehr Burger hier. Schmutziger muss gereinigt werden. Ja, machen wir gleich. Müssen erstmal noch die Burger ausladen. Zweite Packung Burger ausladen. So, dann schnell hier sauber machen. Ja, die Wände sind so kalt, ne? Das mögen die noch nicht. Wieso greifen die, die kaufen die keinen Kaffee? Die haben extra eine Kaffeemaschine hier hingestellt. Ja. 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 Ich brauche einen Mülleimer unbedingt. Verdammt, Schrieks. Hast du nicht dran gedacht, als ich gerade im Grußladen war hier. Warte, wo ist denn das jetzt hier noch dreckig? Besser ist er auch. Stellt mal wieder weg. So. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? So, komm. Wir laufen jetzt mal dahin. Du wartest da. Mann, mein Kontostand sinkt immer und immer mehr, ey. Okay. Das ist nicht so schön. Also. So. 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 Muss ich eigentlich noch? Ne, erstmal muss ich gucken, dass ich eine Runde penne. Zack, 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 zack. Oh, ich habe Minus gemacht, 370 Tacken. Verdammte Axt, das ist nicht so gut. Komm. Ich mache jetzt erstmal hier eine Zoccherino-Runde. 37. Gut. Geht dir das bestimmt gleich besser. So. Und jetzt werden wir eine Runde. Jetzt geht es weiter. Jetzt werden wir mal meine Kasse ändern.